Nix. War aber auch in Ordnung, dass er das laufen lässt. Hektische Stimmung ist sowieso nicht auf dem Feld. Das erwarte ich erst auf Minute 45, wie immer. Aber jetzt steht es 6 und ist gut. Dann ist es ein Traumpassen. Wenn er anguckt, ist es ein Traumpassen. Das war jetzt vielleicht...